was geht abgewöhnt das hier ist bei polster gaming und david herzlich willkommen zurück zu visage ja wir haben diesen netten vogel immer noch da drin und ich würde sagen wir gehen auch zurück ins spiel weil wir waren gerade nach draußen gekommen ich bin mal gespannt was draußen erwartet oder so der art vision von draußen zum waldstück und ja ich würde sagen wir gehen auch direkt mal ins spiel hinein so muss ich mich mal wieder ein bisschen zurecht wir haben nur weiß ich hier bin geld okay gehen wir mal da lang kommen schauen wir mal was erwartet jede märkte die bähne das heißt also von dem kennt nein auf den auf das anzuschauen wir haben mit x wechseln ok da kommt das freu ist ja kann man nicht weckt und da war das ist anscheinend gar nix ok jede menge teddybären ist intens denkt man eigentlich gerne so aber es ist intens so eine art fahrt der schande sich also friedlich aus aber der regen und das ganze macht so ein bisschen ein baumaus macht da ganz so ein bisschen ja wie soll ich sagen furchtend lösen fast schon richtig laufen gehen wir mal da hoch wenn man da hoch kann kann man direkt also bin ich was von half life das hochgehen ok was haben wir hier ein radio auch eine box die ist abgeschlossen dieses small key bauma i'm lucy hello lucy i want to be your friend lucy und dann erscheint dieses vieh sie wird sauer bei den baumaus eingeschlossen opzela sam piso ok frank did it kann man da irgendwie weil ich sehen da die bilder noch irgendwas einfach mal schauen aber doch was gab es mal geht aber doch ja ich weiß ja ja hör auf fotos davon zu machen und dann hat sie diese spritze genommen und hat anscheinend huh okay diese um 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 Ich will dir helfen. Das ist alles, was. Mach es, mach es. Mach es. Mach es, mach es. Mach es, mach es. Mach es. ich habe ein problem ja ja ich habe ein deutsches problem sieht man aber auch nix aber es wird immer dunkler wir müssen hier raus wir müssen hier raus ok was passiert okay ist immer wieder zu hause sie fast aus keine lichtschalter mehr toll sehr schön sehr schön ja müssen wir müssen sonst ein paar tabletten nehmen da kann man hier nämlich irgendwo hier hinstellen hier haben wir die stadt da sind ein paar ton dann kann man die man die da hinstellen ich möchte hier ein stadt dahin möchte ich sie stellen danke konntest du das scheiß denken vielleicht mal einstellen dann bin ich ein bisschen mehr lass es doch sein kann ich sie vielleicht da hinstellen das muss ich schon wieder da bleiben ok gucken wir mal ob wir hier reingehen können können das hier reingehen ok können wir hier raus gehen kann auch nicht raus gehen ok ja mal ein bisschen licht müssen auf jeden fall sehen dass man die ganze lichtschalter kommt man schon mal ist nett benutzen daher müssen wir gucken dass man hier vielleicht irgendwo lang gehen können wir haben hier ein bisschen licht sind bisschen geschützt dadurch ist natürlich nur alles early access und daher kann man das noch nachvollziehen also nicht ganz so funktioniert wie es funktionieren sollte sag ich mal so wir sollten auf jeden fall sehen dass wir hier irgendwie nach oben kommen nach oben kommen habe ich die habe ich das ding geklatscht ich habe das ding anscheinend geklatscht würde ich mal so das soll ich sagen ich habe die kerze geklatscht weil ich kann nämlich auf der feuerseite noch mal ausmachen herzlich jetzt für immer bei mir alles mit der ruhe alles mit der ruhe ok sollten definitiv sollten mal vielleicht noch mal ein lustiges raum gehen ok sie wollte das anscheinend nicht so richtig haben ist ok ist ok sie ist ok hier ist eine tür die feuer noch nicht da war ich möchte gerne hier sie wechseln kennenzulernen ja wenn ich das irgendwie hinstellen können wer nur da durch wechselt aber lässt mich ja schönes feuerzeug schön na wie geht so das war jetzt endlich ok ich hatte ich sollte vielleicht auch tabletten nehmen bevor ich jetzt hier irgendwie gescheuert werde so so da kann man aber jetzt so so perfekt Okay, sehr viele Käfige, wie sehr. Okay. Ich mag das gerne, da ich mich so nur... Oh, hier nix, Mama, wenn ich mir... Oh, okay, shit, 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 shit. Okay. Um... Okay. Die ist creepy, okay. Könnte ich vielleicht hier irgendwo ein Alarm holen? Ähm... Gut, da ich hier was sehe. Gut, da ich was... Ja, gut, da ich was sehe. Ich sehe null. Ich sehe nur das, was bei der Kamera zeigt. Und das ist nicht sehr viel, sage ich mal so. Haben wir hier nicht irgendwie... Hm... Natürlich. Oh, da haben wir... Da haben wir was. Pick up. So. Okay. Uh... 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 Kein Fan davon. Keine definiktiv! Kein Fan davon? Nein, kein Fan davon. Kein Fan hiervon. gottes willen macht die scheiß tür auf macht die scheiße auf benutzen scheiß schlüsse und geht durch die türe ein so geht euch geht euch geht euch bin absolut kein fan von dieser frau bin ich kein fan von dem von von dem mädchen da bin ich bin ich kann mir von ihr bin ich kein fern nein das licht aus ok 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 scheiße shit shit der vogelsack ok 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 ich denke mal die hat den vogel umgebracht ihr habt net das das monster hat seine dazu gebracht das wäre gut vielleicht hat man es dazu gebracht aber niedlicher kleiner aber das sind wenig für wieder nach der manche erscheinen ja foto durch die sachen ja irgendwie immer wieder ein absolut kein fern von diesem langen ja definitiv was zum teufel bist du wer zum teufel bist du hi lucio wow 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 okay gut ich habe keine worte mehr dafür ich würde jetzt einfach mal sagen wir machen jetzt hier einen kleinen break wir gehen jetzt erst mal hier noch mit mich durch das okay da will ich sagen dann mache ich jetzt hier einen kleinen break ich hoffe es hat euch gefallen wenn ihr könnt ihr mit der rechten seite und ab und da das drumherum teils befreundet bekannten und dann sieht man sich beim nächsten mal wieder bis dahin